Da ist ein Portal, da ist ein Portal. Hier ist keins. Kommen wir auch nicht gerade vorbei? Nein. 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 Ich werde mal da hinten zu dem Durchgang gehen und wir schauen erst mal hier. Ob da irgendwas passiert? Wo sind wir jetzt? Oh. Oh. Also hat sie richtig gedacht. Oh. Ich weiß, dass ich auch das Gefühl habe. Ich habe mich mit K. zu gewinnen und sich mit K. zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass ich es nur am Ende war. Ich glaube, dass ich dieses Gefühl habe ... Es ist sehr traurig. Was sag ich doch. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich weiß nicht, dass ich nicht so gut bin. Ich weiß nicht, Hina-Ko-chan. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Kei-Mos, der ist auch so ein運動部. Ich hatte auch ein Gefühl. Ich dachte, ich hätte es wirklich zufrieden. Ich dachte, ich dachte immer, dass ich mich immer wieder mit dem anderen tun hatte. Was ist das? Nein, ich habe keine Angst. In der Tat. Hm. Ich glaube, ich werde es in einem anderen Schmuck wieder spielen, oder? Haha, ich glaube, es wird nicht gewonnen, also passen wir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß nicht, dass ich das gar nicht verstehe. Ja, ja. Ich glaube, dass ich mit einem guten Freund bin bin. Möglich? Oh, Hina-chan! Ich werde es aufhören! Ah, Yuzu! Ich werde mich nicht aufhören. Yuzu, bitte. Entschuldigung, Hina-chan ist das nicht gesagt. Also, Hina-chan, bitte bitte. Eh? Das ist die Hand? Schroen, was war das? Ah, das ist nichts. Ähm, Kei, in Wahrheit gibt es etwas, aber... Oh! Kannst du dir was? Ja, diese Hand? Oh! Das ist die Hand mit den Schroen. Vielleicht? Vielleicht? 何その理論? うん!みんな友達になろう!友達は多い方がいいよね! よし!友情の証にみんなで走ろう!夕日に向かって! ええ!それは嫌! ライムも疲れるのは嫌だな…だいたいまだお昼だし… ライムも疲れるのは嫌だな…だいたいまだお昼だし… ええ!みんなもっと体を動かそうよ! これから大変そうだな… お昼だし… お昼だし… dann machen wir dance dann verliere ich nur einen stresspunkt und dann das geht so hier haben wir nichts neues haben wir hier was ja making friends with k aim for 100 rating points noch nicht ganz wo sind unsere rating points da oben 70 let's deepen our bonds was dauert noch unknowingly annoying sarasa the girl who sits next to me seems frustrated lately but when I asked why all she is all she says is I don't know maybe she is unconsciously bottling up her feelings could you help her im courtyard und aber wir sollen noch ein paar sachen erkunden library nurse office student council room da waren wir ja schon drin können wir einmal kurz reingehen dann haben wir das weg gequatscht haben wir schon mit jedem und hier ist auch keiner da ist keiner am leuchten wir sollen in was library ja hier ist auch keiner also mein fiel einmal jetzt kriege ich ja wachstum auf volle stufe warum was passiert stress hoch mit runter stress wäre komplett weg ist das gut oder schlecht ich gehe mal risiko so und dann müssen wir noch council room abgeschlossen so wir müssen einmal ja um das ist something i wanted to ask what is it k never actually went rampant right why did she even have a fragment hmm maybe there was something she'd been thinking about really hard we don't fully understand everything either so this is just a guess but the fact that she could generated a fragment means that the feelings are strong every bit as powerful as the ones that go rampant too so it'll probably be useful to have I see okay okay ja genau wir haben noch status einmal kurz gucken fragment was bringt denn das neue fragment whole body agreement extents waiting time instead of increasing skill power das ist doch auch wieder schlecht bis zur nächsten aufnahme session werde ich das mal nachgooglen müssen glaube ich wieso und weshalb es wird eh einen grund haben ich komme nur selber nicht dahinter fahren wir die schiene bis bis zehn noch weiter oh nein 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 attack so dann bekommen wir zwei neue skills flapping firestorm meek wolverine flapping firestorm hört sich nach einem fetten aui an das database gucke ich jetzt nicht so dann haben wir hier noch was ne da nicht wir haben neue songs damit ich ja einem denn da oben mal weg krieg und ja next ist your monster left for the dark cave despite not having grown at all some time has passed and your dark cave bound monster is working closely with the king of monsters in the caves depths mamemu position king of monsters assistant cave depth deepest difficulty one rank below the hardest thank you for playing but this isn't even your monster's final form so was von der braucht sondern jetzt 2 mit dem uns ist schon das was wir vor ort die parts rot war gut was haben wir jetzt hier wir haben hier irgendein gespräch aber wer steht hier oben da hi k doesn't seem very cheerful today that's unusual what's up k you look kind of frustrated is something bothering you oh shirai to be honest things aren't going so well between me and the older girls on the basketball team we held the practice match against another school the other day but i kept missing up that's rough no kidding i wonder what i'm doing wrong i know i've got enough stamina and i thought i was giving that match my all she is sehr engagiert deswegen glaube ich treffe ich damit den kern practice makes perfect if things aren't going smoothly why not keep practicing until they are i'm sure those older girls just aren't used to teaming up with first year students yet practice makes perfect yeah yeah you're right i need to try and match the pace that's important for making team play like a team thanks for listening shirai i feel way better now that we've talked it out i can't just sit around worrying i'm gonna get some more practice in with the other girls older girls that's the spirit all right first i'll gather them all up and we'll all run towards the setting sun together the does the setting sun really need to be involved gute frage case fragment haben wir jetzt ein nützliches bekommen aber mal schauen headlong dive increase skill power when there is fifty percent award das kann man nehmen das geben wir leim und zwar und zwar und zwar und zwar versuchen wir es mal mit und ich gehe mal risiko making friends with k making friends with k so missionen wir haben jetzt noch aim for 100 points let's deepen our bounds Das ist ja sowieso unser Endziel. Unknowing. Dafür müssen wir in den Courtyard. Irgendwo steht hier jemand rum. Oder sitzt. Ja, ich weiß es nicht. Ich will mal gucken, wie weit ich das treiben kann, damit er Freundschaft... Nein. Du bist es nicht. Eine von den beiden? Nein. Nein. Um. Moment. The girl who sits next to me seems frustrated. Hmm. Aber wo? Wo ist sie denn? Ach, da... In der letzten Ecke. Wrathful Ichibangasen. Everything is so annoying. That girl, my teacher, even you. And being annoyed annoys me the most. I'm really pissing myself off. Okay, dann tauchen wir ins Coming. I'm going to go. I'm going to go. Creation? Ah, jetzt können wir auch noch Items craften. Ah, jetzt können wir uns. Und fragment enhancement memories. Memory of fear. Someone's fearful memory. Wo denn? Wo denn? Ist da hinten einer? Können wir was verbessern? Ja, das können wir zum Beispiel. Dann weiß ich jetzt schon, wofür man farmen muss. Wo war das mit dem Verteidigungsding? Da. Ja. Jetzt kriegen wir plus zwei. So, theoretisch könnte ich alles einmal. Das kriegen wir nicht verbessert. Ether Attack plus eins. Ich verstehe dieses Ding immer noch nicht. Was kriege ich bei ihrem hier? War das das hier? Ne, das hier. Mortal Blow. Okay. Ich versuch's mal damit. Mal schauen, was mal rauskommt. Mal schauen. 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 okay was mache ich damit jetzt memory of hate effect fragment reinforcement crafting item ja gut wenn wir dann sehen ich muss nur eine menge fahren ich befürchte es gut dann geht es weiter mit der hasser füllten seele hier na ma e no ma da nahi monogatari kake uke ta watashi tati no kisez aoi hikari no ran ran sa te rufu kimi ga mi e na katta yo se te yai mo to ki da me i te zi 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017